Jorte Bespreise. Begegnungen unter dem Filzdach. Dann können wir anfangen. Hallo Matthias. Nächste Folge unseres Podcasts. Hallo Andreas. Hallo Johanna. Hallo. Johanna Elsig ist heute zu Gast. Fußball-Nationalspielerin vor der Turbine Potsdam. Wir freuen uns sehr. Mit Sport hatten wir hier noch nicht so viel am Hut bisher. Ja, ich freue mich auch. Ein bisschen Walker hatten wir schon da und eine Hobbyläuferin. Ja stimmt, einen Marathon. Aber so Profisportler noch gar nicht. Willst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, gerne. Also, ja, ich bin Johanna Elsig. Weiß man ja jetzt, glaube ich, schon. Ich bin 26 Jahre alt noch, werde bald 27, spiele bei Turbine Potsdam in der Endverteidigung. Ja, spiele Nationalmannschaft für die deutschen Frauen, war jetzt auch bei der WM im Sommer in Frankreich dabei. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Dürgen. Das liegt genau zwischen Aachen und Köln. Also, schön im Rheinland, wo Karneval gefeiert wird. Ja, und sonst, ja, zu meiner Geschichte oder Laufbahn. Ich habe schon die ein oder andere Reha hinter mir, hatte Knieverletzungen mehrere Male schon. Bin aber, ja, oft auch einfach zurückgekommen durch, ja, viele Rehas, viel Kämpfen, viel Schweiß, Vertrieben und so weiter. Aber ja, ich wollte wieder zurückkommen, habe es geschafft und habe mich eigentlich damit belohnt, dann auch in der Nationalmannschaft angekommen zu sein. Das war schön. Du hattest auch ein Kreuzbandriss, habe ich gelesen, irgendwo, ne? Genau, also ich hatte im rechten und im linken Knie beides Mal Kreuz, Meniskus, Innenband. Aber am rechten Knie ist einiges schiefgelaufen. Da hatte ich einen Krankenhauskeim im Knie. Und dementsprechend habe ich da auch schon ein paar OPs weggehabt. Und da wusste man nicht so genau, ob das noch wird oder nicht. Ich hatte Glück, auch ein bisschen dabei, sicherlich auch irgendwo der Wille gewesen, weil man mir auch oft gesagt hat, das wird nichts mehr werden. Es ist leider, also was heißt leider, es ist sogar zum Glück, zum Glück ist es anders gekommen. Und ja, ich bin froh, dass das Knie ist so alles so mitmacht. Da hat sich doch jetzt vor kurzem Niklas Süle auch das Kreuzband gerissen. Genau, ja. Da habe ich mich noch gefragt, was das wohl für ein Schmerz ist, wenn so ein Riesenmann da umfällt und zu Taschen. Das sind doch richtig Geräusche, ne? Ja, es ist eine sehr starke Sehne oder ein sehr starkes Band halt einfach in dem Sinne im Körper. Und man hört es also nicht immer, aber man kann es teils wie so einen kleinen Peitschenhieb hören. Also es knallt dann so richtig und es hören meistens die Leute um dich herum und du selber oft nicht. Aber es gibt auch Leute, die danach einfach ganz normal vom Platz gegangen sind. Es gibt Leute, die mega Schmerzen dabei haben, je nachdem, ob noch was dabei kaputt ist oder nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch auf dem Boden gelegen und konnte mich nicht mehr bewegen bei beiden Malen. Krass. Ja, es sind Schmerzen, die man nicht unbedingt haben möchte. Aber mit den Keimen ist es auch krass. Mein Onkel hat das gehabt und der hat dann echt die Welt ein Stückchenweise verlassen. Also der hat dann immer, der hat das Bein gehabt und der muss dann sogar das Bein dann abnehmen bis hier hoch. Also er ist hier unten dann so, da wurde man immer weniger. Ja, also ich hatte wirklich Glück. So was hat heutzutage. Ja, ich hatte sehr Glück. Ja, echt mal. Das stimmt. Da kann ja nichts mehr schief gehen, ne? Ja, hoffentlich. WM, wie Fazit, war okay oder ein bisschen unglücklich ausgeschieden im Viertelfinale, glaube ich, war es, ne? Ja, also eigentlich komplett unglücklich. Aber auch irgendwo vielleicht sogar ein bisschen verdient. Also wir haben nicht unsere beste WM gespielt. Das wussten wir alle, dass wir nicht die beste Leistung auf dem Platz gezeigt haben. Nichtsdestotrotz haben wir die Tore geschossen. Wir haben bis zum Viertelfinale nicht ein Gegentor kassiert, haben Tore geschossen, haben viele Tore geschossen. Letztendlich stimmten die Ergebnisse und damit sollte man dann doch bis dahin zufrieden sein. Leider hat es dann gegen Schweden im Viertelfinale einfach nicht gereicht, weil wir, naja, nicht unsere gewohnte Leistung auf den Platz gebracht haben, wo wir eigentlich das Spiel ganz gut begonnen haben. Und Schweden hat es dann schon irgendwo eiskalt aufgenutzt und dann war es im Viertelfinale leider schon vorbei. Ja, wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Was gut ist ja, nach der WM kommt die EM, ne? Ja, das stimmt. Ja, sind wir jetzt gerade bei der Quali dabei und die ersten vier Spiele gemacht, haben alle vier gewonnen. Ich glaube, wir haben 31 zu 0 Tore geschossen. Also es sind jetzt auch nicht die Gegner, an denen wir uns messen, aber die Tore muss man auch erst mal schießen. Und ja, jetzt steht bald ein Länderspiel im Wembley-Stadion vor, ausverkauftem Haus. Ach, das ist ja ausverkauft. Ja, genau. Wahnsinn, so viele Leute. Richtig, ja. In einem Vor-Nationalspiel. Richtig, genau. Super. Kriste Kulisse bisher für dich wahrscheinlich, ne? Ja, definitiv. Aber die haben geschrieben, die zweitgrößte Kulisse überhaupt, die man bei einer Frauenfußball hat. Ja, genau. Richtig. Also, ich glaube, bei einem WM-Finale, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, sind ein paar Leute mehr ins Stadion gekommen. Aber das ist die zweitgrößte Kulisse, die überhaupt erreicht wurde im Frauenfußball. Ja, ich hoffe, ich bin dabei. Die Nominierungen stehen noch aus und dann schauen wir mal. Also, es wäre auf jeden Fall ein Erlebnis, im Wembley-Stadion zu spielen. Ja, klar. Und bist du schon wieder fit? Weil ich habe gelesen, du warst am Wochenende nicht in München. Genau. Ich war überhaupt gegen Freiburg und München nicht gespielt. Ich bin ein bisschen angeschlagen von der Nominierungen zurückgekommen, habe Probleme mit der Achillessehne, probiere jetzt einfach mich so ein bisschen ranzutasten in der Hoffnung, dass es halt am Freitag geht. Also, ich kann eigentlich noch nicht so wirklich was sagen. Ich muss mal schauen, wie es dann ist, wenn ich wirklich auf dem Platz bin. Wieder Fußballschuhe anhaben, Ball am Fuß. Und ja, ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Dann schreit mein Körper halt in dem Fall nach Pause. So ist das manchmal. Ja, ja, ja. Die Gesundheit geht eigentlich immer vor, wenn man das so betreibt. Ich habe ja früher auch Fußball gespielt und in jungen Jahren. Ja, bis 23. Aber das war immer Dorfacker. Dorfacker bedeutet immer viel umknicken. Und ich konnte es auch immer nicht abwarten. Ich habe dann immer eine Bandage drum gehabt und es war immer so ein dicker Fuß. Und dann bist du eigentlich überstimuliert schon wieder, nicht überstimuliert reingegangen. Aber man hat nicht abgewartet, oder ich habe nicht abgewartet, bis es ausgeheilt ist. Und wollte dann gleich wieder spielen und ran da. Und dann ist man gleich wiederumknickt. Und somit ist das nie eigentlich richtig ausgeheilt. Total verkehrt. Ja, das stimmt. Ja, aber mit der Achillessehne, man macht halt jeden Schritt darüber. Und es tut dann halt einfach weh, wenn die gefühlt an beiden Seiten auseinandergerissen wird. Irgendwann kann man halt nicht mehr gut laufen und nicht gut gehen. Ja, und dann hast du auch Schonhaltung, denke ich mal. Ja, dann hast du andere Probleme dann noch. Und ja, es ist halt schwierig, wenn du nicht richtig laufen kannst dann. Ich hätte es mal eine Zeit lang gehabt. Ich habe es zurückgeführt, dass es auch viele Autofahren hat. Also ich habe früher richtig aktiv als schmaler Breitensportler hier Laufsport betrieben, vor vielen Jahren. Und ich musste beruflich viel Autofahren und ich habe das da aufgeschoben. Und mein Heilpraktiker auch. Das ist dann eben aus der Lendenwirbelsäule. Irgendwie kamen wir darüber, wenn die Muskeln angesteuert sind, wenn du den ganzen Tag am Auto lungerst, dann bist du irgendwann so krumm. Dann kannst du am Anfang, sitzt du so gerade drin und wächst dann nur so da. Und dann ist das auch nicht gesund. Und ich konnte kaum noch aussteigen und mir tat dann auch mal die Achillestine weh. Ja. Das war echt krass. Ja, es ist kein angenehmer Schmerz auf jeden Fall. Es ist ein Schmerz, den man bis zu einem gewissen Grad nach hinten schieben kann. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Eben, ja. Und gerade auf Leistungssportniveau ist das immer noch eine ganz andere Nummer, ne? Das stimmt. Wo wir gerade von Gesundheit sprechen. Normalerweise trinkt man in unserem Podcast immer einen griechischen Wein. Machen wir natürlich so. So, aber nicht heute. Bei Profis wird es noch was Gesundes. Ich habe griechischen Bergtee mitgebracht. Ja, sehr gerne. Und ich habe den Samovar angefeuert. Also bei mir gibt es den Tee nicht aus dem Strom, aus dem Stromwasserkocher, sondern aus dem Wasserkocher aus der Städte. Also deswegen habe ich draußen den Samovar und der wird noch mit Feuer betrieben. Und das machen wir jetzt im Rahmen unserer Podcast-Reihe jetzt auch zum ersten Mal, dass wir den angezündet haben. Und da schaue ich mal, ob das Wasser kocht, dann kann man den nämlich schon aufgießen. Genau. Ja, gerne. Du hast vorhin schon gesagt, du trinkst gerne Tee, ne? Ja, ja. Ich, oft zum Frühstück eigentlich trinke ich Tee. Ja, normalen Tee aus dem Supermarkt, aber ich trinke Tee. Dieser griechische Bergtee ist in Griechenland, ja, so das Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten oder auch einfach so, auch im Sommer als Eistee kalt getrunken und so. Ein guter Freund von mir, der trinkt da täglich literweise von dem Zeug. Das ist auch der Supersportler. Der ist letztes Jahr mit dem Fahrrad aus Griechenland, mit einem Holzfahrrad, von Griechenland bis zum Nordkap gefahren. Oh, wow, das ist eine Schrecke. Ich glaube nicht, dass ich darauf Lust hätte, bin ich ganz ehrlich. Nicht schlecht. Und dieses Jahr ist er dann auf irgendwo im Himalaya Bergsteigen gegangen, also das ist auch echt so. Aber wunderschön, die Gegend da, also wenn man sowas mal selber sieht, zwar anstrengend, aber es lohnt sich. Ja, stimmt. Ihr wart ja jetzt bei der EM. Ein bisschen noch. Ah, ja. Der griechische Bergtee braucht noch ein bisschen. Ihr wart jetzt in Griechenland zum EM-Qualifikationen spielen, oder? Richtig, genau. In Griechenland, in Thessaloniki, glaube ich. Richtig, genau, haben wir in Thessaloniki gespielt, haben da auch eine deutsche Schule vorher besucht, das war eigentlich ganz schön. Es ist ja eine Privatschule gewesen, wo sowohl deutsche als auch griechische Kinder drauf waren und die dann sowohl Deutsch als auch Griechisch gelernt haben, je nachdem, welcher Landsmann oder Frau du dann bist. Und es waren auch viele davon im Stadion, das war eigentlich echt süß und haben sich auch mehr gefreut, als wir in der Schule dann waren. Einfach, also für sie war es was Besonderes, hat auch eine Mädchenfußballmannschaft so ein bisschen vorgespielt und für sie war es was Besonderes, dass einfach die deutsche Frauennationalmannschaft dann in der Schule auf einmal stand und dass wir so nahbar sind, im Gegensatz zu den Männern auch. Ja, und dann waren die im Stadion, haben versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Es war ein Spiel, was nicht unbedingt dankbar für uns war. Griechenland stand sehr tief, es war schwierig, überhaupt ein Tor zu schießen, sind eigentlich in jeden Zweikampf reingeflogen, dass wir, also haben sie eigentlich alles reingehauen, was sie hatten. Letztendlich haben wir dann noch 5-0 gewonnen, aber es war kein schönes und auch nicht das beste Spiel von uns, was wir gemacht haben, aber gegen solche Gegner kann man auch nicht immer das Beste dann aus sich rausholen. Wenn ihr dann auf Länderspielreise seid, habt ihr zwischendurch mal Zeit, nochmal was anzugucken? Jetzt habt ihr da die Schule angeguckt, aber ansonsten fliegt man hin und wieder weg? Es ist ganz unterschiedlich. Oft ist es so, dass wir zwei Qualifikationsspiele während eines Lehrgangs haben und es ist dann schon so, dass wir, wenn wir, also Beispiel jetzt, wir waren jetzt einfach in Aachen im Hotel, die meisten waren noch nie in Aachen und man hat dann auch mal einen freien Nachmittag und dann kann man natürlich in die Stadt gehen und es wird auch angeboten, dann irgendwas zu besichtigen und es ist eigentlich egal, in welchem Land man ist, gerade wenn es das erste Spiel ist von den beiden, die anstehen. Beim zweiten Spiel hat man oft nicht so viel Zeit, wenn man dann auch oft die Reisestrapazen hat, man fliegt in ein anderes Land, sonntags zum Beispiel, kommt dann abends an, trainiert montags nochmal, spielt dienstags wieder. Das ist dann schon etwas schwieriger, aber eigentlich wird immer versucht, dass wir auch ein bisschen die Städte oder ja gerade das angucken können, was für die Länder oder Städte typisch ist, ja. Also eigentlich ist es schon interessant, so an welchen Fleckchen dann mal, doch man schon mal war. Habt ihr von Thessaloniki noch was gesehen? Nee, leider nicht. Also da hatten wir tatsächlich nicht so viel Zeit, aber ja, ich war so schon auch auf Kreta, also in Griechenland und ich finde, Griechenland ist ein sehr schönes Land, was sich definitiv auch mal zum Urlaub machen gut lohnt und ja, anbietet. Absolut. Matthias fährt jetzt nächste Woche. Nee, aber jetzt am Freitag geht's los. Mein erster Griechenland-Trip. Wo geht's denn auch hin? Methana heißt es, ist eine Halbinsel, die mir auch Andreas empfohlen hat und da wollen wir mal schauen, nach dem rechten. Ja, das wird bestimmt schön, das ist auch noch schönes Wetter. Ja, eben 25 Grad, hab ich schon geschaut, nachts 20 Grad, ja, das ist... Und ich werde auch das Zelt mit einpacken und mal gucken, ob wir da auch lauschige Plätzchen finden. Also meine Freundin kommt noch mit und diesmal ohne Wachhund, da müssen wir selber wachen. Ich hoffe, ihr werdet nicht von den Bergziegen gefressen. Ja, mal gucken. Ah, die machen nichts. Der Bergtee kommt übrigens aus Kreta. Ah, okay. Weil du ja schon mal da warst. Ich weiß, dass das meiste Zeug kommt aus Kreta, weil das irgendwie ganz oben auf den Bergen wächst und auch wild wächst und wild geerntet wird. Ah, okay. Super gesund, es gibt inzwischen auch, ich weiß nicht, ich glaube an der Uni Greifswald gibt es Versuche gegen Demenz mit griechischem Bergtee. Man hat wohl da irgendwie entdeckt, dass da der Wirkstoff möglicherweise den Durchbruch bringen könnte. Und das wäre auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt, ne? Weil Demenz ist jetzt keine Krankheit, die gerade selten vorkommt. Ach, apropos, eure Nationaltrainerin ist ja jetzt Demenzbotschafterin geworden. Wirklich? Das wusste ich noch nicht. Ich habe auch was gelernt. Top aktuell informiert. Ja, top aktuell, nee, das wusste ich noch nicht. Genau, vom Bundesgesundheitsministerium, die hatten irgendwie, machen jedes Jahr so eine große Aktion rund um die Demenzwoche, es gibt so eine Woche der Demenz. Ja, da schließt sich der Kreis plötzlich. Und diese Märchenerzählerin, die auch jetzt am Freitag Märchen erzählen wird, Silvia Ladewig, die macht auch Märchen bei Demenzkranken, weil die sich an sowas auch wieder erinnern können. Ach, das ist natürlich schön, die alten Kindergeschichten wieder. Ja, das ist von früher, das ist halt nicht dieses Kurzzeitgedächtnis. Ja, das wird auch wieder angetriggert, dann kommen die da auch wieder flühen. Das ist eine gute Sache zumindest. Sieht sich gut an. Sehr interessant. Also sag mal, du kommst aus dem Rheinland, hast du ja gesagt. Zwischen Aachen und Köln. Genau, genau. Alle Mann ja Aachen oder der 1. FC? Wenn, dann glaube ich der 1. FC Köln. Jawohl. Nein, ich glaube, meine ganze Familie sympathisiert eigentlich Köln. Bei mir ist es auch irgendwo so. Und ja, bin da halt irgendwie so ein bisschen mit groß geworden, auch reingewachsen. Ja. Sagen wir es so. Ich war jetzt kein Köln-Fan sogar. Ich bin seit einigen Jahren sogar mitgesammelt. Ja genau, damals zu der Zeit, als Liedbasky gespielt hat. Da fing es an. Meine erste Tüte Panini-Bilder, als wir mit den Freunden aus der Straße Panini-Tüten gekauft haben. Das allererste Bild war das Wappen vom FC. Ja, da kann man ja nur FC-Fan werden. Genau. Das ist das Zeichen gewesen. Ja. Außerdem extrem cooler Verein. Das stimmt. Turbine Potsdam, wie läuft es da so? Auch so cool? Ja, natürlich. Also ich glaube, Potsdam ist ein Verein, der sehr traditionsreich ist, sag ich mal, die sehr viel Wert auf Tradition legen, sind mehrfacher deutscher Meister auch schon geworden. Bernd Schröder, die Legende, kennt glaube ich fast jeder, der sich ein bisschen mit Frauenfußball auseinandergesetzt hat oder setzt. Ja, zur Zeit läuft es leider nicht so gut. Es ist eine sehr junge Mannschaft, die viele Verletzungssorgen hat in der Mannschaft und alles zu kompensieren ist halt einfach auch irgendwann schwierig. Der achte Spieltag kommt jetzt auf uns zu am Freitag gegen Leverkusen und ja, wir stehen mit sechs Punkten momentan da und ich glaube, das ist der schlechteste Start gewesen, also seitdem ich da bin auf jeden Fall. Ob es in der Geschichte so war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es kein guter Start gewesen und trotzdem haben wir viele gute Phasen im Spiel, wo wir es aber einfach nicht kontinuierlich über 90 Minuten bringen und das ist unser Problem gerade. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir definitiv gewinnen müssen, weil Leverkusen hat auch sechs Punkte und diese sechs Punkte sind auf jeden Fall nicht der Anspruch, die Turbine Potsdam und auch wir als Mannschaft nicht haben. Deswegen hoffe ich, das Beste für Freitag, auch dass ich spielen kann, das wäre ein großer Wunsch von mir, ja. Du wirst ja eigentlich mal zum Anfeuer in das Stadion gehen, warst du Matthias? Müsst nicht, wenn ich da wäre, aber... Aber du fällst ja nach Griechenland, ja. Ja, um 17 Uhr ist das schon ein anderer Startschuss. Das ist so ein Mist. Aber das ist ja im Kali spielt ja, ne? Genau, im Kali, ja. Ich habe mal um die Ecke gewohnt in der Wolle Straße, das hat man schon gehört noch, da. Ja, wenn da ein Spiel ist, dann hört man das schon öfter mal, das stimmt. Wie viele Zuschauer habt ihr so im Schnitt, ungefähr? So bis 2000, 2000 noch was. Das ist schon viel, manchmal auch 1005, 1006 ganz unterschiedlich. Es gab auch schon Spiele, wo 5000 da waren, das ist aber dann auch wirklich ein Highlight-Spiel, zum Beispiel Champions-Sieg-Halbfinale gegen Wolfsburg mal vor ein paar Jahren, da sind dann immer viele dabei gewesen oder gegen Lyon, solche Spiele sind dann wirklich auch, da sind sehr, sehr viele Zuschauer dann im Stadion, aber das haben wir leider in den letzten Jahren auch nicht mehr so hinbekommen, Champions-Sieg zu spielen. Wir hatten immer die Möglichkeit und waren auf der Zielgeraden dann nicht konstant genug, leider. Ja, aber so ist es und mal schauen, wenn wir als gute junge Mannschaft eigentlich zusammenbleiben, dann kann sich da schon was entwickeln und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird. Das ist ja häufiger am Fußball, dass es ein Umbruch ist, dass es auch in der Nationalmannschaft ist, das ist ja auch immer wieder, also bei den Männern jetzt auch teilweise Thema, dass wir einen Schnitt machen und dann kommen ja Junge nach und die müssen sich dann erstmal finden und einspielen. Ja, genau. Und wenn man dann aber ein Team hat, dann hat man vielleicht so drei, vier gute oder fünf Jahre vielleicht sogar, obwohl fünf ist schon ziemlich lang, oder? Aber ein paar Jahre hat man dann schon zusammen. Ja, aber fünf Jahre sind dann auf jeden Fall im Frauenfußball drin, also wenn ich jetzt Hoffenheim gucke, die sind seit was weiß ich wie viele Jahren schon als Team zusammen und sind zusammengewachsen. Da sind jungen Spielerinnen, sind Spielerinnen geworden, die sich enorm entwickelt haben und die momentan am Platz zwei in der Tabelle stehen. Und da hätte auch keiner mit gerechnet, dass Hoffenheim auf einmal so einen Riesenschritt macht in den letzten zwei Jahren. Ja. Bei dem einen guten Sponsor, oder? Ja gut, das ist halt von den Männern halt auch, aber der Trainer ist auch schon ewig da, also es passt alles, es ist alles so mit sich zusammengewachsen und ja, es läuft sehr gut bei denen zur Zeit und ich hoffe, dass Turbine da auch wieder hinkommt. Zumindest, dass man da wieder so ein bisschen was aufbauen kann, auch wenn man vielleicht nicht die finanziellen Mittel wie Bayern oder Wolfsburg hat. Du bist ja jetzt aber auch schon ein paar Jahre da, ne? Wie viel, sechs, sieben? Das ist mein achtes Jahr jetzt sogar schon. Ach, das war schon, oder? Schon mein achtes Jahr, ja. Das war auch richtig, ja. Na ja. Ja, schon. Ich bin seit 2001 da, ich habe das heute nochmal nachgelesen. Mit Beginn der Buga bin ich nach Potsdam gezogen. Ah. Ah, okay. Bin auch nicht aus Potsdam. 2012, ja, wie gesagt, mein achtes Jahr. Nächstes Jahr im Sommer bin ich mit meinem achten Jahr durch. Und dann? Also, ich habe noch Vertrag in Potsdam und dementsprechend werde ich hier auch noch nächste Saison sein und dann mal schauen. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, was das angeht. Ach echt? Im Frauenfußball ist das leider so. Da kann man nicht bis 35 spielen. Ja, da sind ja auch noch. Ja, also, die meisten Fußballerinnen spielen so bis 30, 32 und dann ist Schluss. Also, es ist ja auch so, dass man irgendwie vielleicht dann mal an Familie denkt. Man ist halt nicht der Mann in der Beziehung, dann ist das halt auch so. Du musst gucken, dass du einen Job dann danach hast. Und es ist nicht so wie bei den Männern. Also, klar, ich kann in der Zeit jetzt, wo ich Fußball spiele, davon leben. Aber eigentlich machen alle was nebenbei. Entweder gehen sie zur Schule, studieren oder gehen arbeiten. Weil man einfach nach dem Fußball was braucht, wo man sich seinen Lebensunterhalt mit verdienen kann. Und ja, dementsprechend muss man dann auch gucken, dass man irgendwo im Berufsleben dann auch mal Fuß fasst. Und das normale Leben sich irgendwie einpendelt. Und was man halt nicht verlassen darf. Also, ja, ich bin jetzt ein krasses Beispiel, was das angeht. Aber trotzdem sind wir nicht aus den gleichen körperlichen Konstitutionen geschnitzt wie ein Mann. Und da muss man halt auch so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Das ist einfach leider so. Ja. Hast du schon Pläne für die Zeit nach der Profikarriere? Also, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz. Also, eventuell, also was heißt eventuell, ich werde denke ich an meine Studiengänge anknüpfen. Ich habe Gesundheitssport und Prävention mit dualer Ausbildung zur Sportfachfrau studiert. Und jetzt im Master meine Sportpsychologie, also meine Sportpsychologie gemacht. Und werde vielleicht auch mal, ja, auf jeden Fall möchte ich Praktika machen. Und gucken, wie es so in der Sportpsychologie eigentlich ist. Was da wie genau gemacht wird. Aber vielleicht auch in Reha-Kliniken oder wo Leistungssportler wieder fit gemacht werden. Ich habe da selber Erfahrungen mitgemacht und finde das eigentlich relativ interessant. Vielleicht gehe ich auch noch mal in eine ganz andere Richtung, mache Umschulung oder so weiter und so weiter. Man hat halt in dem Beruf selber noch nie gearbeitet. Wenn es vielleicht auch nicht so ganz die Erfüllung ist, die man sein Leben lang machen will, vielleicht geht es auch noch mal in die Richtung. Also, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Und ich sage, ich bin ja auch nie zu spät, um zu switchen. Also, ich mache jetzt, glaube ich, schon das Dritte in meinem Leben. Ich habe mal was gelernt, dann habe ich was anderes gemacht. Und jetzt bin ich auch immer hier im Maiierten-Business seit neun Jahren. Von daher ist es eigentlich nie zu spät, dann da zu sagen, man macht dann wieder was Neues, wenn es nicht mehr so die Erfüllung wird. Ja, mal schauen, was so kommt. Also, mal gespannt. Und wie fühlst du dich in Potsdam wohl? Ich liebe die Stadt, ja. Also, ich liebe die Stadt. Ich finde, man hat Berlin vor der Türe. Wenn man so ein bisschen High Life haben will, dann fährt man 20, 30 Minuten nach Berlin rein. Dann hast du junge Leute, die was unternehmen wollen. Und Potsdam ist einfach eine Stadt, wo viel Wasser drumherum ist, die gemütlich ist, die Kultur hat, schöne Bauten. Und ich finde, in Potsdam kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Also, jeder, der mir sagt, er findet Potsdam nicht schön, also, ich glaube, es ist mir bis jetzt auch noch nicht passiert. Aber wenn mir das jemand sagen würde, könnte ich es nicht glauben, weil es definitiv nicht so ist. Und ich komme aus dem Rheinland. Wenn ich das sage, dann muss das schon was heißen. Ja, also. Auch wenn Dürer ist richtig schön, ja. Mir ist es ja im Grunde einmal noch zu flach, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber so, was du sagst, das kann ich auf alle Fälle nicht zu. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, geht mir ja ähnlich. Also, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe fünf, sechs Jahre im Rheinland gelebt auch. Und ich finde es hier auch echt sehr, sehr geil. Doch, ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr schön in Potsdam. Es gefällt mir sehr gut. Auch die Kombi mit Berlin vor der Tür. Ja, also wenn man wirklich was machen will mal oder mal ein bisschen Action haben will, dann fährt man mit dem Zug eine halbe Stunde Maximum und dann ist man mittendrin. Was machst du so in deiner Freizeit? Habt ihr überhaupt Freizeit? Also es hält sich doch schon in Grenzen, ist ja klar. Also man hat schon viel Training und man hat ja auch an den Wochenenden die Spiele. Aber wenn man dann mal Freizeit hat, ist man entweder so, dass man sagt, boah, ich bleibe heute einfach mal den ganzen Tag auf der Couch und bewege mich nicht vom Fleck, was man ja eigentlich jeden Tag sonst macht. Aber es gibt auch Tage, wo man dann einfach mal nach Berlin abends fährt, in Bars geht oder auch über Tag einfach mal bei schönem Wetter in Berlin rumläuft, was anschaut, essen geht. Halt so ganz normale Sachen, was einfach jeder irgendwie auch macht. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal eine andere Nummer als bei den Männern von Sportstars? Ja, also schon. Natürlich ist es, der Umfang ist ja auch ganz anders. Man kann das ja gar nicht richtig vergleichen. Also was heißt der Umfang? Ich glaube sogar, also ich glaube nicht, sondern teils ist es wirklich so, dass wir mehr trainieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bayern München sehe, wie viele Reisen die haben, wie viele Spiele die eigentlich so abstrampeln müssen, das ist bei Bayern und Wolfsburg genauso. Irgendwo, weil die ja Champions League spielen, aber es ist schon doch nochmal was anderes. Und wenn ich jetzt ein Mann bin, der, naja, also ein Mann, der Fußball spielt und der eigentlich nicht auf die Straße gehen kann, weil ihn jeder kennt, wie ein Thomas Müller, da überlegt man sich schon zweimal, ob man dann in die Stadt fährt und dachte, wo will ich mir das jetzt nochmal antun oder halt nicht. Das passiert dir wahrscheinlich nicht in Potsdam vielleicht gerade noch. In Potsdam vielleicht manchmal, genau, aber das kann man halt nicht vergleichen. Die sprechen sich dann an und fragen, wie war das Spiel oder wer war ja nicht so gut, aber die stehen jetzt nicht da in Massen und wollen Fotos mit dir machen. Also da bin ich auch irgendwo froh, dass es so ist. Ja, kann halt ein ganz normales Leben noch führen irgendwo. Ja, Thomas Müller müsste ja dann auch mal wechseln, wahr? Na gut, wenn du irgendwo hingehst, wo die nicht jeder kennt, dann ist es auch entspannter. Also so hast du ja der Schweinsteiger auch gemacht in Amerika, da ist das nicht so krass und da klingt man damals auch so. Ja, das stimmt. Ja gut, aber wahrscheinlich, solange man noch irgendwie auf Top-Niveau spielt, will man ja dann auch nicht unbedingt irgendwie in der chinesischen Liga kicken oder so. Ja gut, also ich glaube, wenn die Karriere dann so langsam dem Ende entgegen... ...sinkt, sag ich mal, dann kann man schon mal vielleicht den Schritt wagen oder man will vielleicht nochmal was anderes erleben und sagen, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Liga, um einfach auch andere Erfahrungen zu machen. Oder man sagt halt, okay, andere Liga plus ich kann nochmal richtig gut Geld verdienen und dann habe ich überhaupt gar keine Probleme, wobei Männer, die in die chinesische Liga gehen, haben in der Regel vorher auch schon keine Geldprobleme, also davon abgesehen. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer was, was man dann auch überlegt und wo man sagt, okay, ich habe jetzt noch zwei Jahre, ich spiele vielleicht wieder auf einem kompletten Top-Niveau, aber noch in einer sehr guten Liga. Wo habe ich vielleicht was, wo ich auch was sehen kann vom Land, was ich schön finde und wo ich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdiene als in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, mal in Griechenland zu spielen? Nein, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Land, was ich wenn favorisieren würde. Also die griechische Liga, ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie die Mannschaften in Griechenland sind, aber soweit ich weiß, spielt da auch keine Mannschaft Champions League oder hat irgendwie Mannschaften, die wirklich auf Top-Niveau spielen in der Liga und dementsprechend würde ich das dann eher nicht für mich in Freude kommen. Matthias, mach mal da den Teg fertig. Ja, genau. Das ist eigentlich schon oft gegossen. Achso, das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon zum Ziehen. Wie lange muss der ziehen? So ungefähr zehn Minuten. Oh, dann warten wir noch. Dann warten wir noch. Habe ich eigentlich mal erzählt, wie blitzartig meine Fußballkarriere zu Ende war? Erzähl mal. Als ich so zu Grundschulzeiten hatte ich einen guten Freund, der war dann hinterher ein ziemlich guter Torwart, der war dann auch dritter U15-Nationaltorhüter mal in der Zeit, spielte bei Wattenscheid und der hatte mich so ein bisschen angefixt. Wir haben immer so auf dem Beutzplatz gegenüber gespielt und dann bin ich irgendwann mal zum Fußballverein um die Ecke gegangen. Kreisliga SV Zweckel. Zweckel. In Gladbeck. Aber hört sich lustig an, der Name. Und so ungefähr nach einer Viertelstunde hat dann der Trainer zu mir, ich war damals so sieben oder acht, glaube ich, gesagt, Andreas, ich glaube, du suchst dir lieber einen anderen Sport. Fußball ist nichts für dich. Sah vielleicht unkoordiniert aus. Das war es dann, ja, offenbar. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, definitiv. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe zwei Geschwister, einmal Schwester und Bruder. Meine Schwester spielt Volleyball und mein Bruder Fußball. Und dadurch, dass du Volleyball wirklich erst mit einem bestimmten Alter anfangen kannst oder du sonst einfach zu klein bist, auch mit dem Netz und so weiter, war das Erste, was eigentlich so in den Sinn kam, Fußball. Ich war damals auch im Kinderwagen schon immer auf den Fußballplätzen dabei, auch in den Hallen bei meiner Schwester, ja. Aber es war halt das, was du einfach als erstes machen konntest, wo du selber dich bewegen durftest, gegen den Ball hauen konntest. Und so habe ich dann gesagt, ich möchte auch mal Fußball spielen und bin dann auch dabei geblieben. Und dass dann das genau dabei rauskommt, hätte ich selber nicht mit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich, es war auch nie meine Intention, irgendwann mal erste Bundesliga zu spielen. Ich habe immer bei den Jungs gespielt und habe eigentlich gar nicht so sehr darüber nachgedacht, dass es überhaupt eine Bundesliga, eine Frauenbundesliga gibt und dass es eine Nationalmannschaft gibt. Und erst als ich so in die Auswahlmannschaften gekommen bin und mit anderen Mädchen in Kontakt kam, die auch so Fußball spielen konnten wie ich, kam das irgendwann und man rutschte dann immer höher und höher und dann ging es von der Vereinsmannschaft in den Stützpunkt des Kreises, also die Besten des Kreises waren da, dann ging es in die Mittelreihen, wo ein Länderpokal gespielt wird aus allen Bundesländern und da wird dann für die Nationalmannschaft gesichtet. Also das kam dann immer so Schritt für Schritt mit und da ist man dann einfach mitgegangen. Und wenn man dann irgendwann auch in der U-Nationalmannschaft angekommen ist, will man auch nicht einfach aufhören, wenn man es doch schon so weit geschafft hat. Und ja, letztendlich hat sich halt die Mühe auch gelohnt dann und einfach dran zu bleiben und es war sicherlich nicht immer alles einfach. Und ich weiß auch, wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte, die mich auch wirklich oft nach Hennef zum Mittelreihen gefahren hatten, wo wir immer eine Stunde hinfahren und was manchmal jeden Dienstag war, mein Vater hat oft sehr früh von der Arbeit freigemacht, meine Schwester hat mich zur Arbeit meines Vaters gefahren, dann ist er weitergefahren nach Hennef, kam um zwölf nach Hause, er musste um halb fünf wieder zur Arbeit fahren, aber es war schon, also sie haben mich sehr unterstützt da und ich weiß, dass wenn das nicht gewesen wäre, ich jetzt nicht hier stehen würde, wo ich bin. Das ist schon, also bedingt, also man braucht Unterstützung auf jeden Fall, um das letztendlich auch zu schaffen. Und deswegen sind es heute auch irgendwo andere Strukturen, mit Abholdiensten, Sportinternate, ganz andere Strukturen hat man da, aber trotzdem braucht man schon die Unterstützung seiner Familie da, also meiner Meinung nach. Das ist so was Schönes, also das Beste, was man haben kann. Ja, definitiv. Ist das bei den Frauen auch so ausgeprägt denn schon mit Abholdiensten und sowas, wie bei den Männern? Also gerade im Jugendbereich, stelle ich mich ja schwierig vor. Na, aber also in Leverkusen ist es schon so, dass, also damals in der ersten Mannschaft wurden auch Spielerinnen vom Training nach Hause gefahren. Das waren halt Spielerinnen, die auch noch schulpflichtig waren. Ich wäre auch runtergefallen, aber ich bin ja in der WG mit einer, ja, die auch mittlerweile nationalmisch erspielt, gezogen und wir sind aufs Sportgymnasium da gegangen und waren im Teilinternat, haben dann nachmittags da Hausaufgaben gemacht, haben auch Nachhilfe bekommen, wenn wir was verpasst haben, durch die ganzen Lehrgänge, durch die Reisen, die man gemacht hat, haben da Mittagessen bekommen und dann hat sich das alles dann so relativiert und es gibt auch diese Abholdienste, aber es ist dann schon eher regional, dass die Mädels dann regional irgendwie herkommen und vielleicht nicht noch eine Stunde zum Training oder so fahren müssen. Das ist eher seltener als bei den Jungs. So war es bei mir zumindest damals. Ob sich das jetzt so mega geändert hat, weiß ich nicht, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Es sei denn, man geht ja aufs Sportinternat, wie jetzt zum Beispiel in Potsdam. Da sind ja, da kommen auch Mädels aus ganz Deutschland, gehen auf das Sportinternat und spielen bei Turbine Potsdam und die haben den Trainingsplatz quasi direkt vor der Türe. Also die kommen dann aus dem Bett, in den Aufzug rein, gehen 200 Meter und stehen auf dem Trainingsplatz. Also das sind halt gute Konzepte dann. Dann wird mit der Schule Rücksicht genommen. Man kann das Abitur zum Beispiel strecken, weil man viele Stunden verpasst hat durch Lehrgänge, durch Auswärtsfahrten und so weiter. Also es ist alles gegeben. Schon gut, ja. Ich habe die früher auch oft gesehen. Ich war mal eine Zeit lang Trainer beim Potsdamer Laufclub. Die sitzen ja auch bei euch. Genau, bei der Geschäftsstelle, ja, genau. Und dann durfte ich auch so ein bisschen da mal Training anleiten und dann waren auch oft die Turbinen da und haben dann auch trainiert auf der Rasenfläche und wir waren ja immer auf der Tartanbahn. Ja, genau. Richtig, genau. Das sind wir. Ja, und ihr seid die, die die Bälle dann abbekommen. Sozusagen, ja, jetzt mache ich es nicht mehr, schon eine Zeit lang nicht mehr, aber anderthalb Jahre hatte ich mich da auch versucht als Trainer. Okay. So, jetzt können wir einen Tee probieren. Ja, probieren wir das, ne? Gucken, wie der schmeckt. Aber Vorsicht, das ist ganz heiß. Oh ja, ich sehe, es ist dampf ziemlich. Ja, ihr habt auch gerade schon mal vorgekostet. Dankeschön. Aber der wird doch gar nicht richtig dunkel, ne? Nee, nee, der bleibt eher hell. Oh, der war echt heiß. Ja, ist echt heiß. Riecht gesund. Ja. Ein Freund vertreibt auch griechischen Berg-Tee mit seiner Heilpflanzenmanufaktur. Ah, ja. Den brauchen wir ja auch nicht verdünnen, ne? Normal ist ja beim Samobar-Tee so. Nö, nö. Man macht ja vorwiegend schwarzen Tee und dann macht man so einen ganz, ganz oberkräftigen Sud. Und diesen Sud mixt man dann halt wieder mit dem heißen Wasser. Hier ist noch heißes Wasser drin. Okay. Und man mixt das dann eigentlich immer mit den Sachen, hier ist dann eben ein Sieb drin. Jetzt ist es da praktisch nicht. Ja, ja, klar. Ja, der Däffekt. Ist das ein Spezialgetränk eigentlich bei den Spielen oder was ist in den Wasserflaschen? Oft halt wirklich Wasser, aber es ist auch oft, ja, so Magnesium, solche Mixdinger halt drin, dass man halt so ein bisschen Elite kriegt und so weiter und dass man vielleicht nicht nur Wasser trinkt, sondern auch so ein bisschen was für einen Stoffwechsel macht und dass man so ein bisschen mehr Kraft vielleicht auch hat, einfach auch was mit Geschmack. Ja. Aber mehr ist da eigentlich nicht drin. Keine Geheimformel oder sowas. Am Wochenende, wenn ihr Party machen dürft, was trinkst du da am liebsten? Was ich da am liebsten trinke? Moskow Mule. Ja. Ich fange mit einem Hugo an und ende bei Moskow Mule. Also alles, was dann letztendlich mit Wodka zu tun hat, trinke ich ganz gerne. Aber es sind auch so Mixgetränke. Ich mag zum Beispiel kein Bier oder Wein, das ist mir zu bitter. Ich brauche was Süßlicheres. Da können wir so ein Mixgetränke, wenn es so ist, dann trinke ich so einen White Russian-Fenn. Ah, White Russian. Ja, wenn er gut gemacht ist. Ich habe, wir haben eine Bar in Potsdam, wo wir ganz gerne hingehen und da gibt es den Vinci's White Russian. Der ist so ein bisschen mit Erdpüree drin. Das ist dann noch ein Wodka-Erdpüree. Das ist halt ganz anders, nicht so wie der richtige White Russian und der schmeckt mir dann auch immer ganz gut, wenn wir vielleicht auch da manchmal sind. Welche Bar ist das? Da Vinci heißt das. Ach, das gibt es tatsächlich noch. Ich war ja vor ein paar Jahren mal. Ja, da ist ein Restaurant mit Bar dran und genau, da sind wir dann mal ganz gerne. Genau. Mit den Mädels. Nach dem Spiel. Ja, manchmal schon. Je nachdem, wie der Plan dann am nächsten Tag auch wieder aussieht. Nur nach den gewonnenen Spielen. Diese Saison war dann auch nicht so. Oder was desaströs ist. Dann kann man ja auch mal gehen. Leider ja. Mal schauen. Vielleicht ist der nächste Sieg dann ja Freitag dran. Also ich hoffe es sehr, weil wir uns auch teils wirklich verdient haben und auch viel gegen uns dann lief. Mit Elfmetern bekommen und Freistöße, die keine waren und so weiter. Aber natürlich auch, weil wir einfach schlecht gespielt haben. Muss man ja einfach sagen. Du scheinst aber auch schon so ein Optimist zu sein eigentlich. Also irgendwie so auch zwei Kreuzbandrisse wegzustecken und so und zu sagen, es wird schon wieder. Also sicherlich irgendwo schon. Es gibt doch, also ich bin auch nicht immer ein Optimist, aber ich bin jemand, der immer unbedingt will und der seinen Willen dann irgendwie durchsetzen will. Also es ist manchmal auch nicht immer vorteilhaft, aber kann halt in solchen Situationen vorteilhaft sein und der halt nicht aufgibt. Und dann habe ich da so einen Willen und will unbedingt was erreichen oder das Ziel wieder erreichen und dann sage ich, okay, jetzt erst recht. So, das ist eigentlich so meine Einstellung. Und ich glaube, das ist auch so der Grund gewesen, warum ich mich von diesen Kreuzbandrissen wieder erholt habe und von den ganzen Operationen, die ich da hatte und so. Ja, ich glaube, das ist schon der Hauptgrund auf jeden Fall. Das klingt mir mit sportlicher Hinsicht auch so. Und viel konnte ich jetzt auch in meine Selbstständigkeit drüber nehmen. Also ich bin früher so ein aktiver Läufer, sage ich mal, als schmaler Breitensporter. Ja. Da habe ich auch dann angefangen, Bergläufe zu machen, weil mir das im Flachland zu langweilig war. Das würde mir nie passieren. Niemals. Und das hat dann schon, war irgendwie eine andere Herausforderung. Und sich dann da hoch zu beißen, also das war auch so ein Ding gewesen. Und das kann man doch natürlich in anderen Bereichen des Lebens auch mit rübernehmen. Wenn man dann sagt, jetzt mache ich dann irgendwann einen Beruf oder ich switch dann mal um. Und dann geht man auch anders durch Talsohlen so durch, weil man weiß, es geht immer mal wieder hoch. Und ich habe gelernt immer so ein bisschen, wenn ich merke, jetzt ist der Takt, der ist nicht so gut oder ein paar Tage vielleicht auch, könnte es ja auch geben. Da versuche ich mal gewisserweise Schwung mitzunehmen, wie beim Radfahren. Wenn ich berg runter fahre, bremse ich ja nicht, bis ich im Tal bin, sondern wenn ich sehe, da drüben geht es wieder hoch, dann versuche ich nochmal ein bisschen Gas zu geben. Ja, das bin ich aber auch. Nicht vergessen, da haben wir mit der Mannschaft Krafttraining gehabt und mussten danach aber noch Läufe machen. Aber wir wussten alle nicht sowieso, wo es zukommt. Und es war die erste Saison mit Matthias Budolf, mit unserem Trainer, nach Bernd Schröder. Und wir haben dann zwei Gruppen im Krafttraining gehabt und die erste Gruppe war dann fertig und ist dann natürlich in Babelsberger Park gegangen. Mussten halt laufen, dann hat er uns die Laufstrecke gesagt. Und in Babelsberger Park geht es so ein Berg hoch eigentlich und es geht aber eher so wie so ein Schneckenhäuschen, bis man dann irgendwann oben auf der Spitze steht. Und sind dann das erste Mal zur Probe, die sind diese Strecke abgelaufen und haben dann gedacht, boah, war aber schon der erste, oder? Weil es so anstrengend war und wir sind da hochgelaufen siebenmal. Wir haben uns alle gefühlt wie kleine dicke Kinder, die nicht vom Fleck kamen, weil die Oberschenkel so gebrannt haben und es einfach eine Quälerei war da hoch. Das ist was, was ich nie in meinem Leben verstehen werde, wie man gerne laufen gehen kann. Gerne laufen gehen kann oder auch, wenn man Leichtathlet ist, 200er, 400er zu machen, 1000er. Das würde ich in meinem Leben nicht tun, weil ich da keinen Spaß habe, weil es für mich einfach nur eine Quälerei ist, sowas zu machen. Ich finde das ganz schlimm. Also ich hasse es, wenn es heißt, nö, Läufe. Ich meine, es muss ja sein, du brauchst ja deine Ausdauer als Fußballer und du musst ja auch auf diese Strecken laufen können. Das ist ja dann Schnelligkeitsausdauer oder sonstiges oder Intervallläufe. Aber du kommst da nicht drum rum, aber wir hassen es alle wie die Pest und können es nicht verstehen. Also ich weiß nicht, was Leute daran finden, wenn man einfach so Schmerzen in den Beinen hat, dass man sich da irgendwie hochquält. Ja, wenn ich richtig unbeliebt machen will, dann empfehle ich, das Ganze rückwärts zu machen. Das zieht man mal ganz anders. Also ich könnte ja laufen sowieso langweilig. Ich hoffe, mein Trainer hört sich das nicht an. Dann kommt er vielleicht auf andere Gedanken. Ich habe das am Klausberg gemacht, da gibt es auch so eine Mini-Satentine hoch. Das ist ja bei Sangsessi oben, wenn man in Palina nähert. Das ist Klausberg, das ist der da oben. Und ich habe in der Straße gewohnt, bei dir um die Ecke. Da gibt es auch so ein bisschen eine Schlängelinie nach oben. Und da bin ich immer rückwärts hochgelaufen und dann oben habe ich mich dann umgedreht. Und dann muss ich nochmal ganz paar schnelle Schritte machen. Dann denkst du, du trittst ins Leere. Das ist echt verrückt, aber die Muskulatur ist da ganz anders. Das geht dann auf die Hintern, ne? Ja, eigentlich die Strecker. Ja, wenn du so rückwärts läufst... Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Zum Glück habe ich nicht Gesundheitssportprävention studiert, sonst müsste ich das mal wissen. Kann man das schon trinken? Jetzt geht es. Obwohl es gerade echt unfassbar heiß ist. Das freut mich. Ich tue mich eigentlich in mein Thema kaltes Wasser. Zu Hause. Damit ich das früher trinken kann. Das ist sehr gut, Andreas. Das ist gut ausgewählt. Der ist aber echt lecker. Ja, geht irgendwie immer. Geht runter. Ja, doch, der ist lecker. Auch im Sommer so als Eistee mit ein bisschen Minze oder so ist auch geil. Ja, nehmt, ja. Ja, schön. Habt ihr so mental Vorbereitungen? Irgendwelche Rituale oder sowas? Also, Sportpsychologie selber wird jetzt in Potsdam im Verein nicht angeboten, aber im Olympiastützpunkt kann man sowas schon in Angriff nehmen oder in Beanspruchung, wenn man irgendwie ein Problem hat oder so. Aber sicherlich hat jeder auch ihre Rituale vor dem Spiel, was man so macht. Also, ich zum Beispiel ziehe mir immer zuerst den linken Stutzen an, dann den rechten Stutzen, linken Schuh, rechten Schuh, linken Schiebein Schuh, nach rechten Schiebein Schuh. Also, es ist immer mit links zuerst. Und dann hat man auch mal, ich habe auf jeden Fall immer so ein Ritual, halt, wenn wir dann wirklich aufwärmen, mal in die Kabine gehen, haben dann alles an, dann setze ich mich nochmal hin und gehe mir dann halt so ein paar, oder mir gehen so Spielsituationen dann durch und sage mir halt auch, was ich mir vornehme im Spiel, was mein Ziel ist. Das macht schon, das mache ich schon und da hat jeder irgendwie so ihre eigene Technik oder ihre eigenen Rituale, wie sie dann an so ein Spiel rangeht, gerade wenn es halt wirklich wichtige Spiele sind, wo es drauf ankommt, dass du wirklich auch deine Leistung bringen musst. Dann schaust du dir dann auch Videos an von den Gegnerinnen, musst du dann praktisch auch passen machen? Also, das machen wir in der Mannschaft, das machen wir in der Mannschaft. Der Trainer, der macht eine Videoanalyse dann, wir quasi, ja, lassen das Spiel Revue passieren, was wir sonntags gespielt haben, analysieren, was wir gut, was wir falsch gemacht haben und dann geht es dann für das nächste kommende Spiel dann auch wieder in die Gegnervorbereitung und da wird dann halt aufgezeigt, wo der Gegner seine Schwächen hat, wo die Lücken sind, wie sie anlaufen, was ihre Stärken auch sind, damit man einfach einfach was als Verteidiger wie die Stürmer sich verhalten, ob die schnell sind, also das weißt du schon, aber in der Bundesliga ist es mittlerweile schon so, dass ich meine Gegenspielerin kenne, also ich kenne die Stürmerin, gegen die ich spiele, zumindest in den Mannschaften, die kontinuierlich erste Bundesliga spielen auch und nicht zwischen zweiter und erster Liga hin und her pendeln. Da weiß ich ganz genau, welche Spielerinnen auf mich zukommen und das ist dann eigentlich auch kein Problem, weil man weiß ganz genau, wie man dann spielen muss. Hat man da irgendwie eine Angstgegnerin oder so, wo du sagst, boah, scheiße gegen die? Also Angstgegnerin nicht, aber ich spiele persönlich nicht gerne gegen so kleine, quirlige Stürmer, weil ich selber relativ groß bin und mir es halt einfach schwerfällt, dann in diesen kleinen Schritten und diesen kleinen Richtungswechseln auch schnell hinterher zu kommen und ich muss mich da immer sehr konzentrieren, auch immer nach dem Mann stehen, dass das halt funktioniert. Ich habe lieber große Stürmer, die auch Körper haben gegen mich, weil ich dann auch weiß, also kann ich einfach besser verteidigen, liegt mir einfach mehr. Ich finde es ja gut, dass du auch Mann sagst, weil heutzutage wird ja extrem darauf geachtet, dass das alles gendergerecht ist, ne? Das ist jetzt gerade, das sagt man aber schon eigentlich automatisch, weil es hat Sprachgebrauch, ne? Ja, es hat Sprachgebrauch, das stimmt, aber also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, bin ich ganz ehrlich. Aber findest du es eigentlich schade, dass Frauenfußball so ein bisschen, was heißt, ein bisschen immer so im dicken Schatten der Herren steht? Ja und nein, also natürlich wünscht man sich irgendwo mehr Aufmerksamkeit und mehr, ja, Anerkennung für das, was man tut, weil man macht so viel Sport und man schindet seinen Körper eigentlich in den Jahren, wo man den Leistungssport macht, so extrem, dass man auch gucken muss, dass man halt nach dem Sport auch noch irgendwie leben kann, ohne Probleme und so weiter. Und es wäre schon schön, einfach mehr Anerkennung dafür zu bekommen, weil wir genau den gleichen Aufwand haben wie die Männer und trainieren manchmal sogar mehr und verdienen halt einfach das Hundertstel vielleicht davon. Also blöd gesagt ist es ja natürlich, also wirklich so. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schön, weil man sein ganz normales Leben führen kann, was ich eben schon gesagt habe, man kann ja dann auch einfach mal auf die Straße gehen und auch vielleicht mal shoppen gehen oder ins Kino oder keine Ahnung wohin, ohne dass man erkannt wird. Also es hat eigentlich so ein Lachen, so ein weinendes Auge, würde ich fast sagen. Und trotzdem, also ich glaube sogar, dass ich froh bin, dass ich noch das machen kann, was ich will. Da verzichte ich lieber auf ein paar Millionen, aber kann ein freies Leben führen und stehe nicht so in der Öffentlichkeit und muss mich für alles rechtfertigen, was ich mache und tue. Ja, das ist ein Vortrag. Genau. Eine Freundin von mir hat schon vor einigen Jahren mal ein Frauenfußballmagazin herausgegeben und war auch Chefredakteurin da. Also sie dachte, das wäre echt so eine Marktlücke, gibt es nicht. Herren, alles voll, Elffreunde, Kicker und so weiter, Sportwelt, was es alles so gibt. Und sie fing dann mit ihrem, wie hieß denn das Ding noch? Elffreundinnen? Nee. Gibt es das? Gibt es Elffreundinnen? Ja, manchmal. Also ich glaube, das ist mal zwischendurch wieder rausgekommen, dann war es wieder eingestellt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ich will da nichts Falsches sagen. Nee, Stylepass hieß das Ding. Also Frauenfußball und so ein bisschen Style und Mode und sowas. Ja, genau, so in diese Richtung. Eigentlich von der Idee sehr cool, aber ja, der Absatz war dann doch zu gering. Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil sich einfach zu wenig Leute für einen Frauenkursen interessieren und weil es einfach medial nicht so publik gemacht wird. Ich glaube, wenn das der Fall wäre und das würde dann total in den Medien stehen, dann würden sich auch mehrere Leute dafür interessieren und dann würdest du vielleicht auch da dein Geld mit verdienen können. Ja. Ja, glaube ich schon. So WM, EM ist immer so ein ganz guter Ansatz. Genau, und danach ist es aber vorbei. Danach ist es komplett vorbei. Also man hat dann die mediale Aufmerksamkeit für diesen Monat dann und dann ist es auch ganz schnell wieder so. Boah, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es mehr wird auch zu der WM und EM. Ja, es war auch mehr, aber danach, als wir ausgeschieden sind, hat man ja gar nichts mehr gehört. Und dann auch nichts, es wird ja auch nichts über die Bundesliga berichtet. Also die Sportschau hat jetzt angefangen, 45-Sekunden-Bericht zu uns zu bringen. Ja, was bringt 45? Also klar, es ist irgendwo ein Fortschritt, aber 45 Sekunden von zwei Stunden ist halt schon sehr wenig. Bei den Männern ist es ja auch so, wenn die ausscheiden, dann wird die Oma wochenlang darüber berichtet. Ja, genau. Ja, klar. Genau. Was mich interessiert, was ich fragen wollte, ein bisschen Links-, Rechtsbeiner, beides. Ich bin Rechtsfuß, kann aber auch ganz gut mit Links. Also ich bin jetzt nicht, der Linke ist nicht nur zum Stehen da, aber der Recht ist schon definitiv mein Stärkere. Ich bin ja als ungepolter Linkshänder, was ich nach wie vor vermute, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich konnte mit Links schärfer schießen, aber mit Rechts genauer. Ah, unsere Torhüterin hat es genau umgekehrt. Rechts ist für die Kraft da und links ist für die Technik da. Interessant. Genau, ungekehrter. Und die ist Linkshänderin. Ah, siehst du. Zum Beispiel, ja. Aber du bist auch gut mit dem Kopf. Wir haben ja hier schon Tündück-Köpfen gemacht. Ja, eben. Tündück-Köpfen ist eine neue Sportart. Das heißt, Tündück, der Dachkranz, wo du vorhin versucht hast, den Ball durchzuköpfen. Tündück, ja. Der ist allerdings auch so klein, dass der Ball fast nicht durchpasst. Ja, das muss man dazu sagen. Genau. Sonst wäre er reingegangen. Ja, bestimmt. Hast du schon mal Kopfballtor gemacht? Wahrscheinlich. Ja, schon ein paar Mal. Ja, also das ist halt meine Stärke. Und ich bin halt auch bei den Freistößen und Ecken halt immer vorne. Und da passiert es schon mal, dass man das dann aus Versehen mal so ein Ball reingeht. Ja, genau. Das sah schon gekonnt aus, was du da liefert hast vorhin. Ja. Mit so? Danke, danke. So ein Tierchen. Genau. Worüber müssen wir noch reden? Was interessiert dich sonst so im Leben noch außer Sport? Du hast ja schon gesagt, da bleibt relativ wenig Zeit. Aber ein bisschen shoppen, ein bisschen Party machen und auch mal chillen, weil es der Körper braucht. Genau. Urlaub ist auch schön? Ja, Urlaub ist wunderschön. Ich würde halt einfach mal gerne reisen, so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch was, was ich definitiv noch im Fußball machen möchte. Mal einfach ein bisschen mehr wegfahren, auch vielleicht mal in Ländern, wo du ein bisschen mehr Zeit auch für brauchst mit meinem Freund zusammen. Sicherlich muss das bei ihm auch passen. Der ist Justizvollzugsbeamter. Dementsprechend muss man auch halt gucken, dass das irgendwie geht. Aber Reisen, mein Bruder möchte gerne in Australien leben. Der wartet auf sein Visum auf Lebenszeit. Und wenn der da ist, werde ich sicherlich auch mal runterfliegen und dann die Ostküste hoch. Der klassische Touri-Trip, aber vielleicht auch anders. Wir haben ein Auto, wo man Zelte und sowas ranbauen kann, wo man einfach mal nicht in die Hotels geht, sondern einfach auch mal in der Natur ist und dann mal einen ganz anderen Urlaub macht. Also das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Du brauchst auf jeden Fall vier, fünf Wochen Zeit dafür. Das ist immer so die Frage, kriegt man so viel Urlaub? Auch meinem Freund ist es halt ein bisschen schwierig dann vielleicht. Vielleicht kann man sich auch irgendwie einen Sonderurlaub nehmen. Ich weiß es nicht. Aber ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ja, für mich ist Familie extrem wichtig. Meine Mama, mein Papa, klar, mein Bruder auch. Meine Schwester steht mir, also ich stehe mit meiner Schwester sehr, sehr nahe. Ich habe auch drei Kinder, drei Mädels. Die waren jetzt auch letzte Woche noch zu Besuch, waren mit so siebten in meiner Zweizimmerwohnung. Ja, aber es ist immer schön. Und ich genieße die Zeit, wenn sie da sind, weil ich sie sowieso halt nicht so oft sehe. Und das hat für mich schon Priorität eigentlich, also eigentlich Priorität Nummer eins. Meine Familie und will dementsprechend auch, wo sie auf jeden Fall selber auch mal Familie haben. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich mal gerne machen möchte, wenn ich keinen Fußball mehr spiele. Und weiter Sport machen, mal gucken. Vielleicht einfach auch mal Hobby-mäßig ein bisschen wieder Volleyball. Ich spiele super gerne Volleyball, aber habe mich dann ja, also das ist ja der Fußball da geworden. Warst du auch schon in der Beachvolleyball-Anlage hier vorne mit Sebastian? Ja, war ich schon. Ja, jetzt zieht er ja jetzt um, jetzt ist es ja raus, dass das bleiben darf im Park. Ich ziehe nur in einer anderen Ecke. Okay. Also weiter davor hin Richtung Süden. Okay. Im großen Wiesenpark wird er dann wohl sein ab nächstes Jahr. Ja, bin ich auch froh, dass es da weitergeht. Ja, doch. So eine Ereie-Rei gewesen. Macht auch Spaß, Beachvolleyball und sowas. So Aktivitäten oder Squash. So einfach Sport machen, es macht Spaß. Vielleicht gehe ich auch tanzen. Ich weiß es nicht. Ich habe früher so ein bisschen Jazz-Dance, Hip-Hop getanzt. Konnte ich irgendwann auch nicht mehr machen mit dem Fußball. Und einfach so vielleicht die Wurzeln ein bisschen aufgreifen. Wieder leichtathletik habe ich auch mal gemacht, aber das würde ich auch nur machen, wenn es mir Spaß macht, so Weitsprung oder Hochsprung, wird es nicht unbedingt laufen. Habe ich schon gesagt. Ja, schon so in die Richtung. Mal schauen. Auch irgendwie auch ein bisschen aufregend und ungewiss, was so kommt. Das macht mich auch ein bisschen nervös, weil man es halt nicht planen kann. Ich bin eher so jemand gerne, der alles so geplant hat und auch weiß, was auf einen zukommt. Aber das kann man halt einfach nicht planen, weil man nie weiß, wie es weitergeht dann. Gerade nach dem Fußball. Wenn man noch nie gearbeitet hat vorher. Ja, und Fußball ist aber auch sehr vielseitig geworden. Was ich gesehen habe, wie die jetzt trainieren. Also vorgegends habe ich das bei den Männern gesehen. Man trainiert ja auch schon mehrere Sportarten eigentlich. Ja, genau. Also man hat viel Athletiktraining auch dabei. Schnelligkeit ist mittlerweile das A und O. Wenn du nicht schnell genug bist, dann schaffst du es meistens nicht. Gerade bei den Männern ist das extrem. Wenn du keine vernünftige Grundschnelligkeit hast und du nicht überdurchschnittlich schnell bist. Ja, und koordinativ musst du gut drauf sein und sowas. Ja, wendig, alles. Alles sowas. Das stimmt. In meiner Kreisliga früher, Kreisklasse, ich war ja noch eins drunter. Da war ich nur dabei genommen. Dann wurde ohne Erwärmung aufs Tor geschossen. Ja, klar. Dann wirst du es erst mal verletzt. Einfach Spaß haben, ne? Ja, klar, das ist so. Und dreimal um den Platz laufen, das war dann schon weit. Ein halbes Leben später dann mal weitere Distanz mal laufen. Das hätte ich auch nie gedacht. Das ist immer so eine Freude. Also für mich war es früher sehr, sehr entscheidend. So auch nach der Arbeit dann als Ausgleich war es ganz gut, eigentlich mal die Laufschuhe anzuziehen. War viel unterwegs mit dem Auto halt als Systemelektroniker. Und da bin ich deutschlandweit, habe ich dann laufenderweise halt erkundigt. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Ja, klar. Und dann kam ich halt zum Laufen. Meine Bekannte, die dieses Stylepass-Magazin herausgegeben hat. Sie sagte, du musst unbedingt fragen, wie man als Fußball-Nationalspielerin zu dem Gehaltsgefüge steht. Also du hast es ja schon anklingen lassen. Das ist irgendwie so das Hundertfache bei den Männern und so. Ist man da ein bisschen neidisch? Irgendwo sicherlich schon. Aber ich glaube, wir im Frauenfußball dürfen uns eigentlich oder können uns nicht beschweren, weil wir in dem Moment, wo wir Fußball spielen, davon leben können. Aber, das heißt aber, nicht aber. Und wenn man jetzt in die anderen Sportarten geht, Leichtathletik, Schwimmen, Fechten, Handball auch, welche Frauen können davon unbedingt leben? Also das darf man halt nicht vergessen. Und dementsprechend geht es uns schon ganz gut. Da geht es anderen Sportarten viel schlechter. Aber wenn man es mit den Männern vergleicht, ist es natürlich ein Unding. Also das muss man auch so sagen. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man die Gehälter der Männer runterschrauben kann. Das ist meine Meinung. Viele, sicherlich nicht alle, aber viele können froh sein, dass sie so Fußball spielen können, wie sie Fußball spielen können, weil sie wahrscheinlich im beruflichen Leben Probleme hätten. Das sage ich einfach so, wie es ist. Da bin ich sehr ehrlich. Und da ziehe ich nicht alle bei in Kammer, aber es gibt schon einige, die froh sein können, dass sie so Fußball spielen können, wie sie es können. Bei den Frauen musst du halt auch ein bisschen was im Köpfchen haben. Du musst ja irgendwie danach mal was machen und du musst währenddessen auch einfach was machen und gucken, dass du das alles irgendwie unter einen Hut bekommst. Und das ist nicht leicht, wenn man Klausuren hat oder Arbeiten schreiben muss, Bachelor, Masterarbeit, Lernen. Das ist einfach echt stressig, teils auf den Busfahrten, Auswärtsfahrten. Wir fliegen nicht, wir fahren mit dem Bus nach Freiburg. Das sind alles solche Sachen. Dann bist du ja auch müde. Also ich kann das auch. Manchmal nehme ich mir auch vor, wenn ich mit dem Zug fahre, ich möchte da jetzt was machen, aber am Ende schlafe ich die ganze Zeit. Wenn ich mal Zeit habe, loszulassen von seinem Alltag und dann sitzt du am Zug und guckst aus dem Fenster, schläfst du mal schnell ein. Genau, so ist das so. Und das ist dann schon anstrengend. Und da wünscht man sich irgendwie dann schon mehr Anerkennung. Das auf jeden Fall. Hast du eigentlich einen persönlichen Sponsor? Also als Team habt ihr sicherlich? Oder hast du als Spieler auch jeder so seinen Sponsor? Wenn man Nationalmannschaft spielt, beziehungsweise Erfolg auch hat, wenn man Glück hat oder sich ein bisschen clever anstellt, dann kriegt man es auch. Ich habe einen Adidas-Vertrag. Ich werde von Adidas ausgestattet. Sicherlich, aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Also gerade bei den Frauen, da ist Nike. Nike sind jetzt ein bisschen mehr gekommen. Die WM war ja auch in Frankreich. Die haben Nike als Sponsor. Die haben ein bisschen mehr gemacht. Adidas ist eher so, dass die viele Männer nehmen. Die Männer auf dem Top-Niveau, aber auch Frauen. Wenige Frauen, die auf dem Top-Niveau sind. Das sind nicht viele. Das sind, glaube ich, vier oder fünf Spielerinnen. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin sehr froh, dass das so geklappt hat. Und das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Das ist ein kompletter Luxus, den man da hat. Und die kommen von allein auf dich zu? Nee, man ist es sowohl als auch. Bei einigen gemacht ist der Berater. Bei mir ist es durch die Nationalmannschaft entstanden, weil der Sponsor der Nationalmannschaft ja Adidas ist. Und ich auch mit Adidas schon immer gespielt habe. Und so ist das dann entstanden. Kann man sich dann die Farbe aussuchen, der Schuhe? Nee, man kann sich das Modell aussuchen. Die Farbe muss man dann tragen, wie sie dann halt kommen. Aber man kann sich das Modell aussuchen, ja. Das ist bei den Männern wahrscheinlich auch anders, oder? Nee, die auch nicht. Also zum Beispiel David Alaba, der spielt ja auch mit Adidas. Und der hat die ganze Zeit momentan pinke Schuhe an. Weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat. Und mit diesem Modell spiele ich auch. Und da wird dann immer vierteljährlich eine neue Farbe rausgebracht. Und mit der neuen Farbe muss man halt spielen dann. Und ich habe gedacht, der hat sich die ausgesucht, weil er irgendwie so ein Mädchenfimmel hat, oder? Nee, nee, ich habe die gleichen Fußballschuhe wie er. Ja, und dann gibt es zum Beispiel den Copper. Der ist gerade gelb. Der Predator ist gerade blau. Das ist komplett unterschiedlich. Und die sind halt alle anders geschnitten. Deswegen muss man gucken, mit welchen Fußballschuhen man am besten zurechtkommt. Das ist eh bei den Schuhen. Also bei mir ging es auch weniger ums Aussehen. Ich hatte immer eigentlich für mich... Die Schuhe hätte ich nie genommen. Aber bei uns morgen geht es schon uns Aussehen auch. Auch bei den... Mittlerweile, ich bin immer ganz ehrlich. Wenn sie zur Rücken noch nicht richtig gut liegen... Ja, das stimmt. Da guckst du dann schon drauf. Aber es geht auch um die Farbe irgendwo. Und privat High Heels oder Sneaker? Sneaker. Definitiv Sneaker. Nee, ich... Du bist eh schon groß genug. Ja, und ich finde es einfach auch so unbequem. Und ich komme mir immer so overdressed vor. Also sowas ziehe ich wirklich nur an, wenn ich mich so richtig, richtig schick machen muss. So für eine Hochzeit oder keine Ahnung was. Ansonsten bleiben die bei mir komplett im Schrank. Ich habe auch, glaube ich, noch ein oder zwei. Und ansonsten habe ich Sneaker oder Stiefeletten, sowas an. Ach so, die Verletzungsgefahr für höher, wenn du von oben runterknickst. Ja, und ich glaube, meine Knie würden sich da auch bedanken, wenn ich das immer anziehen würde. Nee, nee, das möchte ich nicht. Ich bin die Sneaker-Tante. Die Sneaker-Tante. Spitznamen habt ihr alle, ne? Du bist Jojo, glaube ich. Ich bin die Jojo, ja. Genau. Aber schon immer. Ist auch, glaube ich, ein typischer Spitzname von Johanna. Ja, ja. Und im Team, die anderen Spielerinnen, haben die auch alle Spitznamen? Ja, also ja, die meisten. Man hat halt einen kurzen Namen. Also ich glaube, Anna kann man jetzt schlecht abkürzen, zum Beispiel. Aber zum Beispiel Vanessa Fischer, unsere Teuterin, heißt Fischi. Also da nennt keiner Vanessa oder Vanni oder so. Oder Sarah kann man jetzt auch nicht unbedingt abkürzen. Aber man hat schon dann seine Spitznamen auf jeden Fall. Und man hat wirklich einen kurzen Namen. Zum Beispiel unsere Polin, die hat einen Namen, der ist nicht auszusprechen. Da sagen wir einfach mal Goscha. Und die heißt Margol Jashatta oder so. Also ich kann es gar nicht aussprechen. Das tut mir auch leid, aber es geht nicht. Und ja, genau. Oder Rahel, da sagen wir Rage zu. Ist ganz unterschiedlich, ja. Matthias, hast du einen Spitznamen mal gehabt? Zu Fuß sagen? Ach, mein Vater hat mich immer geärgert, indem man Matzi-Maus gesagt hat. Sonst sagen sie mal Matzi zu mir oder Matze. Oder jetzt sagen sie immer Jorti, weil ich hier das Jorten-Business halt mache. Und dann auch irgendwie sagen sie alles. Und ich höre auch auf alles eigentlich, was man mir an den Kopf wirft, sozusagen. Ja, cool. Und du? Andi oder? Mein Bruder hat mal Andi gerufen. Oder Micky. Andi finde ich ja ganz schön. Mein Bruder heißt auch Andreas, der wird immer Andi genannt. Aber Andi ist doch schlimm, oder? Ich finde es nicht schlimm. Nee, also ich finde es schlimm. Und irgendwann zu Schulzeiten habe ich dann wirklich durch Zufall einen echt seltsamen Spitznamen bekommen. Es war so ein super heißer Sommertag. Wir waren mit ein paar Freunden unterwegs und da haben Tischtennis gespielt. Zwei von denen wollten Tischtennis spielen und so ein bisschen Rundlauf bei 40 Grad. Und ich hatte echt keinen Bock. Und dann sagte mein Kumpel Hack, ja Mann, jetzt bewege dich doch mal. Nicht so wie so eine Schnecke hier. Seitdem heißt es Schnecke. Von da an hieß ich Schnecke oder später Schneckner. Aber es war zu Schulzeiten und das hat sich dann irgendwann so. Irgendwann war ich der Grieche, als ich anfing mit diesem ganzen Griechenland-Zeug. Mein Freund zum Beispiel hat eine etwas größere Zahnlücke. Der wird immer Lücke genannt. Seit er klein ist, er wird Lücke genannt. Also die meisten kennen ihn nur unter Lücke. Die denken gar nicht, wie heißt er denn? Lücke. Zum Beispiel. Cool. Dann sind wir ja so langsam am Ende, würde ich sagen. Ja. Dann können wir dir viel Erfolg wünschen. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Besserung noch. Bis Freitag, das klappt bestimmt. Hoffe ich, ja. Und dann noch für Wembley dann auch. Ja, das wäre sehr schön. Dann für die EM. Wann ist die nächstes Jahr? In zwei Jahren. Nächstes Jahr ist Olympia, wo wir uns ja nicht verqualifiziert haben. Das stimmt, ja. Das ist ja noch dieses Rückspiel gegen die Griechen, ne? Wir Griechen, die kommen nach Deutschland noch. Genau, ja. Wo spielt ihr? Weiß ich gar nicht. Das steht, also wissen wir. Da wollte ich ja vor allem mal in den Ländern spielen. Nee, ich glaube, die wollten vielleicht mal eins nach Berlin holen. Aber mal gucken. Wäre schon cool. Flecky tatsächlich mal dahin. Ja, kommt vorbei. Gute Gelegenheit. Ja, schön. Dann, wie hat es dir gefallen in der Jurte? Ja, neue Erfahrung. Ich wusste gar nicht, dass sowas im Buga-Park steht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde es ganz cool eigentlich. Es ist natürlich ein bisschen warm geworden, weil ich das Dach zugemacht habe und der Ofen, wir seien vorhin war es ja ein bisschen frisch drin. Aber jetzt ist es schon fast ein bisschen saunamäßig. Ja, sonst ist es auf jeden Fall nicht kühl. Gut, na dann. Toi, toi, toi. Danke. Kopfballtor und so. Vielen Dank, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, Johanna, nochmal danke, dass du da warst. Gerne. Hast du unseren Slogan eigentlich gesehen? Ja, steht hier gerade auf so einer Karte, die ich in der Hand halte. Da steht, der Podcast aus der Jurte. Chillig, achtsam, frech, fröhlich, frisch und frei. Das war die falsche Reihenfolge, aber es waren alle Worte dabei und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es so war, ja. Ja, cool. Stay kaff. Stay kaff, ja. Das waren Jurte-Bespräche. Bis zum nächsten Mal.